Rückkehrer, Dibitanten, erste Matches, große Neuverpflichtungen und der Abschied eines langjährigen Rüstermitglieds, all das und noch mehr ist Thema in dieser Ausgabe des Impact Asylums. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Wrestling-Verrückten, hier ist der Thorsten mit der neuesten Ausgabe des Impact Asylums auf wrestling-infos.de und bei mir ist, wie immer, der Daniel. Ja, moin Thorsten, hallo, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen und ganz besonders habe ich mich tatsächlich heute auch darauf gefreut, dass wir diesen, also nicht nur heute, wie immer, dass wir heute aufnehmen, weil es ist einiges passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Es wird noch einiges passieren, es gibt also auch einiges zu besprechen. Kleines Sneakpeak am Ende. Auch das, auch das und ja, wir haben ja, wir stehen ja kurz vor Ergänzter Orts und ich glaube, wir werden auch darüber heute noch sprechen, aber das wirst du uns ja mit Sicherheit jetzt gleich sagen. Genau, ja, nach dem Special ist sozusagen vor dem Special, das ist ein bisschen blöd, weil ja Under Siege gerade vorbei ist und so zwei Specials, da habe ich mir gedacht, na, das ist dann doch ein bisschen zu viel, deshalb haben wir jetzt hier einmal den Cut gesetzt, machen dieses Asylum auch unter der Woche, weil es am Wochenendetermin nicht, einfach nicht gepasst hat. Aber da werden wir, dann denke ich mal, was jetzt so Ergänzter Orts angeht, dann diesen Monat vielleicht noch Anfang nächsten Monats dann wieder was von uns hören lassen und alles, was bis dahin gelaufen ist, dann nochmal durchkauen. Ja, richtig. Genau, ja, also seit unserer letzten Sendung, wie du schon gesagt hast, ist viel passiert. Ach ja, eins muss ich noch kurz anmerken, zwei Sachen, es kann sein, dass uns der Dennis noch beehrt, der ist noch unterwegs, hat gesagt, vielleicht kommt er noch dazu und das Quizmania müssen wir ja noch machen und da möchte ich mich doch an unseren Kollegen Andi und Chris aus Wien von WWE Weekly Podcast orientieren, weil die haben sich was Schönes ausgedacht und das machen wir jetzt auch so, wir drehen den Spieß um, ne, weil bisher haben wir die Fragen gestellt und die Hörer, also ihr musstet antworten, jetzt machen wir das genau andersrum. Ihr stellt uns Fragen zu Impact komplett von Anfang an, vom 01.06.2002 bis in die Gegenwart, also von NWA, DNA bis jetzt zu Impact, könnt ihr aus der ganzen Zeit Fragen zur Promotion raussuchen und stellen und wir müssen die dann für die nächste Folge aufbereiten und beantworten. Also wenn was reinkommt, sage ich dann immer zu Beginn des nächsten Podcasts, welche Frage wir haben und wir beide dürfen uns dann die Show über, dann den Kopf zerbrechen, was die Antwort ist und werden das dann unsere Antworten dann zum Ende der Show sagen, würde ich so sagen. Das ist auch eine ganz feine Sache, da haben die eine gute Idee gehabt, das kabeln wir jetzt einfach so. Genau. Ja, ähm, unsere Themen. Zuerst, ähm, Jordan Grace hat, äh, Impact verlassen. Sie hatte ja jetzt bei Under Siege ein, in Anführungsstrichen, letztes großes Titelmatch gegen, äh, Diana Porrasso mit der Stipulation. Stipulation, wenn sie das nicht gewinnt, darf sie so lange nicht um den Titel antreten, wie Diana den hält und ich hab, äh, im Vorwege mal geschaut, alle großen Singles-Matches zwischen den beiden hat immer Diana gewonnen. Mhm. Na, so auch dieses und, ähm, so hat man dann Jordan, die dann auch nach dem Match bei Under Siege, äh, von Dunn trottete, ziemlich geknickt, ähm, aus den Shows geschrieben und sie hat ihren Vertrag bei Impact ja nicht verlängert. Was meinst du denn, wo führt sie ihr Weg hin? Schwierige Frage, weil, ähm, sie ist ja auch außerhalb des Restings schon sehr erfolgreich und tatsächlich auch schon Millionärin, also sie hat ja auch außerhalb des Restings, das Wrestling-Dineys gemacht. So ist es ja nun aber auch nun mal, dass es bei vielen Wrestlern ja nicht nur unbedingt primär ums Geld geht, sondern auch um den Spaß, wie man dann auch immer bei vielen Älteren sieht, wenn sie dann wiederkommen oder halt auch Geld brauchen, aber manche kommen ja auch wieder, weil sie es einfach vermissen. Ähm, ja, schwierige Sache. Schwer. Also, ich kann mir sie nicht so bei WWE vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht nach Japan geht. AEW weiß ich nicht. Also, ich finde eigentlich AEW eher als WWE. Ja, wenn man auf dem amerikanischen Markt guckt, dann würde ich das auch so unterstützen und sagen. Äh, aber deine Idee mit Japan wäre gar nicht so schlecht, weil, äh, ich sag mal, sie ist ja auch eher so den Herdren-Stil, äh, gewohnt. Und ich sag mal, du passt ja auch mit Japan ganz gut zusammen. Und sie mal bei, bei Stardom zu sehen, wäre schon ganz interessant, weil da ja jetzt in letzter Zeit, ähm, aus, ja, aus Amerika gar nicht so die großen Talents hingegangen sind. Also, die letzten größeren Gaijins, die da, oder ich weiß jetzt nicht, wie jemand an weiblichen, äh, Ausländer in Japan betitelt, deshalb sag ich jetzt einfach mal Gaijin. Das waren ja eher so, ähm, im Dunstkreis von Dona del Mondo oder von, äh, äh, warte mal, wie heißt, äh, wie heißt der Städel von, äh, von Mina Shirakawa jetzt? Äh, äh, der Neue, äh, fällt mir jetzt nicht ein. Äh, naja, jedenfalls sind das ja eher Europäerinnen oder, äh, Australierinnen gewesen, die da mit dazugekommen sind, ne? Also so aus den USA jetzt vielleicht mal für den Gastauftritt, aber jetzt nicht irgendwie so die wirklich größeren Leute. Und auch eine Mercedes-Money wird ja auch nicht dauerhaft in Japan bleiben, zumal sie ja jetzt leider auch, äh, längere Zeit dann verletzt ist. Ja, nein, das ist glaube ich auch so, weil, also bei Mercedes auf jeden Fall schon so besprochen, wahrscheinlich, äh, denke ich, gehe ich mal ganz stark von aus, dass, äh, das für einen, äh, gewissen Zeitraum war einfach auch, um nochmal vielleicht ein bisschen eine, äh, äh, extra Charakteristik zu ihrem Charakter hinzuzufügen. Und, ja, ich kann mir auf jeden Fall bei Grace vorstellen, aber bei, äh, Jordan Grace vorstellen, dass sie auch vom Stil her, von ihrem Auftreten her sehr gut nach Japan passen würde. Und deswegen wäre das so mein erster Gedanke. Bei WWE weiß ich nicht, da wird, mach ich mir ein bisschen Sorgen um ihren Charakter, dass das irgendwo in eine falsche Richtung geht. Da würde ich dann eher sagen, bei AEW wäre die Möglichkeit gegeben, äh, mehr so den, äh, Charakter, den sie auch bei Impact Wrestling dargestellt hat, bei AEW darzustellen. Deswegen würde ich tippen, wenn sie in Amerika bleiben will, AEW, wenn sie was anderes probieren will, äh, New Japan. Oder Japan im Allgemeinen. Ja, ne, also New Japan, äh, dann eher Stardom. Das meint es ja wahrscheinlich. Ja, äh, AEW muss man jetzt gucken, wie konsequent die dann halt ihren Roster-Split zwischen Dynamite und Collision dann aufziehen. Da wäre dann ja durchaus auch in den jeweiligen Shows dann wieder mehr Platz für Damen, äh, muss man halt mal schauen. Ja, oder, oder man macht einfach, äh, Rampage zu einer reinen Damen-Show, das wäre auch mal was. Naja, das soll ja eher so das neue Dark werden, weil Dark und Dark Elevation sind ja jetzt auch eingestellt, gibt's ja nicht mehr. Und ich sag mal ehrlich, Rampage hat auch in letzter Zeit kaum noch was zu den Storylines und ihren Entwicklungen beigetragen. Ja, also, ja, man war ja eh immer schon im Vergleich zu Dynamite bei schwachen Ratings und man hatte nicht so das Gefühl, dass man sich da jetzt irgendwie alles dafür geben würde, da rauszukommen. Ja, man muss halt, ein exemplarisches Beispiel ist da jetzt die letzte Ausgabe von Rampage, die Champions Night. Vier Titelmatches und nicht einen AEW-Titel auf der Line. Ja, das ist gut. Ja, ja, okay, gut. Aber, aber apropos Champion, weil, äh, unser World Champion hat ja letztens auch ein, äh, schönes Interview gegeben. Ähm, genau, da hat nämlich unser guter Stefan mit, äh, Steve Macklin sprechen dürfen und der gute Steve ist jetzt auch unser, ähm, nächstes Thema, weil der hatte jetzt bei Under Siege ein großes Titelmatch gegen PCO, was sehr blutig wurde, weil es halt ohne Regeln war. Nee, ähm, ja, also Steve Macklin hat seinen ersten großen Namen als Champion besiegt und jetzt können wir mal gucken, der nächste Gegner steht ja auch schon fest, aber ich glaube kaum, dass da auch noch, äh, ein Titelwechsel bei ihm umkommt. Ja, da würde ich zu 100% sagen nein. Also ich denke, dass, ich denke, äh, dass, äh, Alex Shelley da eine Chance haben wird in dem Match und er wird wahrscheinlich auch so auftreten, dass es vielleicht knapp wird, aber ich glaube nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der World Champion wird. Also man wird jetzt Steve Macklin aufbauen. Ich glaube, man wird auch Steve Macklin so lange aufbauen, bis Josh Alexander wieder fit ist, um dann halt dieses, ich meine, man macht ja, man fängt ja schon an damit zu sagen, ja, wenn Josh Alexander noch da gewesen wäre, wärst du jetzt kein World Champion. Äh, eben, das war ja das große Match, was leider durch den Trizepsriss von Josh Alexander dann bei Slammiversary, äh, oder nee, war das Slammiversary? Nein, das war bei, äh, ah, ich bringe immer die... Das sollte bei Rebellion gewesen sein. Bei Rebellion, genau, Slammiversary kommt ja jetzt erst. Genau. Genau, nee, stimmt. Und ich denke, es wird in die Richtung gehen irgendwann und im Moment bin ich, und wir haben ja auch schon öfter über Steve Macklin gesprochen und waren uns ja auch mal relativ einig, dass er so dieses Potenzial zum World Champion hat. Hat? Gerade, gerade, gerade so diese letzten zwei Jahre, wie er sich entwickelt hat, muss man ja sagen, also auch so am, am Mikrofon, sei es im Mikrofon, sei es im Ring. Also er hat ja auch diese Ausstrahlung, finde ich, die es braucht, um glaubwürdig als World Champion rüberzukommen und er macht, füllt diese Rolle als Heel-Champion, also genau diesen genauen Gegenentwurf zu George Alexander halt super aus und er ist aber auch kein, also man nimmt ihn das auch ab, man nimmt diesen, diesen Heel-Charakter auch ab, er ist nicht so dieser, äh, krasse, mega, ich versuche jetzt alles, um mega böse rüberzukommen, sondern man nimmt ihn da schon ab, äh, und glaubhaft, genau wie es auf der anderen Seite vorher bei Alexander war, dass er nicht dieses In-Your-Face-Baby-Face war, sondern auch jemand, wo man ihn abnimmt, okay, er ist einfach ein Fighting-Baby-Face, er tut einfach alles dafür, um zu bezeichnen, dass er der Beste ist und deswegen finde ich das so ganz in Ordnung, wenn er World Champion ist und ich hab da jetzt im Moment auch keinen, wo ich sagen würde, ja, den würde ich mir lieber als World Champion wünschen, ähm, deswegen bin ich bei der Auswahl schon sehr zufrieden und mir ist halt am Wochenende auch wieder aufgefallen, dass ich vor vielen PCO-Matches sage, boah, hab ich gar keine Lust drauf, aber dann das Match hinterher mir anschaue und dann wieder denke, doch, das war sehr unterhaltsam und, äh, so war es jetzt auch, also ich fand das Match unterhaltsam, hab eigentlich nur wieder darauf gewartet, dass irgendwelche krassen Verletzungen passieren, aber gut. Dass PCO sich wieder die Schulter raushaut und das Match noch zu Ende wird. Ja, sowas, also das kann er ja sehr gut, hat er ja schon bewiesen. Es gab ja krasse Sachen, aber die sind ja eher nach dem Match passiert. Äh, oh, schade. Na, da kommt, nee, alles gut. Kommen wir aber gleich noch zu. Ja, Steve Macklin im Moment, äh, genau richtig in der Position, füllt das auch super aus und es ist ja schön, dass er und seine Frau jetzt so die Double Champions sind, wobei Diana ja, ähm, dann doch eher fäßig ist. Ja, ja, genau. Das passt. Aber das ist immer schön, wenn du dann die beiden irgendwie so out of character auf Fotos siehst mit den Titelgürteln, das Power Couple von Impact im Moment, ganz einträglich. Ja, richtig, es ist wunderbar und, äh, ähm, ah, oh, doch, ich muss das zurücknehmen, was ich vorhin gesagt hab. Na? Es würde jemanden geben, aber warte mal, wir haben, okay, ich, ich, ich sag dir später. Äh, alles klar. Wenn, wenn wir beim Thema sind, dann werde ich dir sagen, wen ich meine. Alles klar. Ja, kommen wir dann zum nächsten Thema, wie ich ja eben sagte, ähm, PCO hat sich ausnahmsweise mal nicht krass selbst verletzt und trotzdem weiter gemacht. Ähm, aber nach dem Match, ähm, ist dann, ähm, Bully Ray aufgetaucht und scheint ja jetzt, äh, dann, äh, gemeinsame Sachen mit Steve Magnum zu machen, äh, stellt den Tisch auf und dann tauchte Scott Amour auf, weil er den rausrief und dann wurde der Tisch angezündet und Scott Amour wurde einfach mal durch den, äh, brennenden Tisch gepowerbombt. Das war sehr, äh, das war sehr interessant, ja. Aber sehr, aber auch heftig, ne? Also, äh, also, äh, weiß ich jetzt nicht, wo man da noch hin will. Interessant im Sinne von, das hätte ich nicht erwartet, dass das passiert. Nee, definitiv nicht. Also, seitdem der gute Scott Impact-Präsident ist, muss er ständig, äh, zeigt der verrückte Canadian Destroyer oder, äh, wird durch irgendwelche Tische geworfen, also, ich glaube, sein neuer Job als Impact-Präsident fühlt ihn noch nicht so ganz aus, habe ich das Gefühl. Kann er ja mit Santino tauschen, wird Scott wieder Director of Authority und Santino wird dann Impact-Präsident. Ja, vielleicht nicht so, vielleicht lassen wir das doch so, wie es ist. Ja, ist besser, ne? Ja, aber ist spannend, wo man da jetzt mit hin will, ähm, also Bully Ray, mhm, und, und was hat der mit Steve Macklin zu schaffen, weil bisher hat Steve Macklin ja eher so mit Moose zusammengehangen, aber das scheint ja jetzt auch dann auserzählt zu sein. Kann Steve Macklin vielleicht doch nur, wenn er irgendwie so einen Henchman an seiner Seite hat? Entweder das, oder vielleicht läuft es auch auf dem Faceturn hinaus. Hm, und du meinst dann irgendwann Steve Macklin gegen Bully Ray? Okay, die Sache, die mich das glauben lässt, ist, es wurden ja schon, naja, gewisse Andeutungen gemacht, ähm, bei der Impact-Folge danach, bei einem besagten Interview-Segment, ähm, ja, deswegen, die beiden verstehen sich ja ganz offiziell, und ich glaube, äh, Steve Macklin möchte auch, und so hat er es ja auch gesagt, diese Bully so ein bisschen in die Richtung bringen, ähm, wir arbeiten zusammen. Die Frage ist ja jetzt, arbeiten sie wirklich zusammen? Macht Steve Macklin das, weil er Bully, ein bisschen Angst vor Bully hat, weil Bully ja die Chance eventuell hat, ihn um seine World Championship herauszufordern? Und, äh, oder ist Bully nachher derjenige, der Faceturn wieder? Aber ich kann es mir im Moment halt nicht vorstellen bei den Aktionen, die er bringt. Nee, 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 also da, da sehe ich eher das größere Potenzial bei, bei Steve Macklin, weil der ja, wie er es jetzt ja auch schon gemacht hat, da auf seiner, ähm, Militärvergangenheit macht, und das zieht ja in Amerika immer ganz gut, da kannst du ihn ja, äh, mit dem Fingerschnipsen sofort zum Face machen, wenn er da patriotisch und irgendjemandem ein, äh, hilft und so weiter. Na, also ich sag mal zum Beispiel, Diana bekommt dann irgendwie die große Herausforderin, die sie dann zusammen bleibt, und dann taucht er auf, ist ganz besorgt und so weiter, dass man, äh, also da sehe ich bei ihm, dass er, weil, weil Bully, Bully, der ist, äh, man, man sieht es ja, ne, ja, zurückgekommen ist, ne, alle haben gedacht, ja, okay, aber, äh, es war immer das Mann, immer im Hinterkopf, ne, do you know who I am? Ja, machen wir uns nichts vor, also, jetzt so in dieser Rolle als, als, als edliger, fieser Heel, ist okay, auch wenn viele sagen, und da habe ich auch schon einige Kommentare gesehen, äh, auch unter den News, warum, warum Bully Ray in 2023, klar, auf der einen Seite kann ich verstehen, dieses, dieses, diese, ja, dieses, äh, ja, dieses, äh, Argument, was hat der da noch zu suchen, aber, auf der anderen Seite finde ich, es gibt halt wenige Leute bei Impact, die so gut auch hierziehen können und so gut auch mit dem, äh, am, am, am Mikrofon sind, wie er, und deswegen finde ich auch, aufgrund seines Alters und auch aufgrund, vielleicht, äh, ist halt vielleicht auch nicht jedermanns, äh, Liebling oder man sieht ihn halt auch nicht so gerne und er bringt wrestlerisch halt so auch jetzt nicht mehr unbedingt alles mit an die Tafel, aber im Endeffekt trotzdem finde ich, ist immer mal, im Moment immer noch eine Bereicherung, äh, man muss halt immer nur aufpassen, dass man nicht NWA guckt zwischendurch, weil, wie man dann plötzlich als Babyface sieht und, ja, das ist immer so die Sache, ne, wenn das von Liga zu Liga verschieden ist, aber ich sag mir, ich sag mal so, ich gucke mir lieber einen Bully Ray bei Impact an und fühle mich dann mehr unterhalten, als dass ich dann sehen muss, wie ein Jeff Jarrett versucht, bei AEW World Cup Team Champion zu werden. Ja, wobei, wobei ich finde, dass Jeff Jarrett trotzdem, also, der macht keinen schlechten Job da, also. Ja, also, aber ich sag mal so, als, als, als Manager für die Truppe, wäre er wahrscheinlich, würde es mich jetzt weniger stören, sagen wir es mal so. Ja, ja, also ich finde nicht, dass er jetzt noch irgendwelches Gold gewinnen soll, das muss er nicht, also, das ist klar, aber ich, aber ich finde gerade so eine Rolle, um irgendwelche jüngeren Over zu bringen, aber ich finde tatsächlich, ich habe ihn damals so gehasst, damals bei WCW, ich mochte ihn wirklich nicht, aus tiefstem Herzen mochte ich ihn nicht. Danach bei TNA mochte ich ihn auch nicht, ich fand ihn immer so nervig und ständig seine World Title Runs da bei TNA, aber jetzt bei AEW tatsächlich finde ich ihn in dieser Rolle, ich habe bei GCW, oder wo das angedeutet wurde, dann kamen ja diese Promo-Videos auf mit GCW, wo er dann da, ne, und ich fand das, da fand ich ihn schon nicht schlecht, so, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt tatsächlich finde ich ihn, also, ich finde ihn nicht nervend, so, muss ich dazu sagen. Erträglich. Genau, so, und früher war es halt wirklich so, also, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt ein Fan, aber, wie gesagt, ich finde ihn nicht mehr nervig, so wie es früher halt immer war, wo ich immer gedacht habe, boah, nee, Jeff Jarrett kommt, ich schalte ab. Ah, wann kann, wann, weil ich, ich schaue ja gerade die alten Asylums, so im lockeren Rhythmus, und dann denkst du immer, oh, wann bekommt der endlich mal von AJ auf die Schnauze, ne? Ja, das zum Beispiel, und ich glaube, es gibt ja eine Folge, da ist er World Champion, und die Folge vorher war ja nicht World Champion, der ist ja auf irgendeiner Hausschule in Kanada, glaube ich, World Champion geworden, weil American Most Wanted ihm geholfen haben, wieder World Champion zu werden. Ah, da bin ich, glaube ich, noch nicht. Genau, das kommt noch. So, und es geht mir auch nur darum, ich glaube, es war die Folge, der hält ja eine Promo, und diese Promo geht einfach ewig lang, und sie hört nicht auf. Also es ist vergleichbar so, wie wer es früher mal gesehen hat bei Nitro mit Ultimate Warrior, wo er bei Nitro aufgetaucht ist. Und er hält ja einfach so super lange Promo, und du denkst einfach, hör dich auf, hör dich auf, warum sagst du so viel? So, und das, das, das sind so Dinge halt, und das hat immer irgendwie ein bisschen nervig gewesen, fand ich, bei, bei Jarrett. Ultralange Promos kann nur Chris Jericho. Move 465. Aber. Ja, guckt euch das mal an, gibt es bestimmt irgendwie bei YouTube. Ja, aber um einmal zu Bulli zurückzukommen, also von, wenn man Bulli und Jeff in ihrer jetzigen Form oder in ihrem jetzigen Auftreten vergleicht, dann gefällt mir da auch das Auftreten von Bulli doch wesentlich besser. Ja, ja, also ich, Bulli ging mir halt auch nie auf die Nerven, deswegen steht Bulli auch noch bei mir mal ein bisschen höher im Kurs. Hat er noch ein bisschen Kredit bei dir? Ja, also ich hatte jetzt nie, also gut, persönlich mit einigen Aussagen, da muss man halt sehen, was man über ihn denkt. Ich meine, auch was jetzt andere, über andere Wrestler und so geht, da hat er halt teilweise auch mal, wo man mal denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen drüber gewesen. Aber so, wenn man jetzt nur das rein Wrestlerische oder sein Charakter betrachtet, finde ich diesen Charakter gut und der passt ja jetzt im Moment rein bei Impact. Nur er stört nicht. Er ist nicht so, dass er jetzt sagt, okay, sondern er ist eine Bereicherung. Das ist wirklich was der Bereicherung ist. Und gerade, gerade wenn er am Mikrofon ist, ist es ja eine Bereicherung. Also das, seine Mikrofonarbeit ist natürlich stark. So, und jetzt sein In-Ring, okay, da kann man jetzt drüber streiten. Da setzt man ihn schon richtig ein, irgendwo in Hardcore Wars oder Hardcore Matches. Das passt schon, irgendwelche Brawls, so. Aber ich finde, er passt so im Moment gut rein. Er hat so sein Plätzchen im Wasser gefunden. Ja, aber dann mal genug von Bully Ray. Wir haben eine Debutantin gesehen, obwohl Debutantin ist vielleicht gar nicht so der richtige Ausdruck, eine Rückkehrerin. Aber dafür müsste sie in der Rolle ja eigentlich schon mal aufgetreten sein, was ich glaube, zu wissen sie nicht ist. Kann mich nicht erinnern. Genau. Also, es geht darum, wir haben ja mitbekommen, die gute Taya Valkyrie ist ja im Sarg verschwunden und in den Undead Realm gesogen worden. Und Rosemary und Jessica standen dann davor und haben ihre Verbindung zum Undead Realm verloren. Also, wir konnten da nicht mehr hin und nach Taya suchen. Wir wissen ja jetzt, der Undead Realm heißt AEW. Und der große Papa von Rosemary scheint dem nach Tunikan zu sein. Ja. Verrückt. Ja, naja, jedenfalls hat er dann Rosemary gesagt, naja, okay, frage ich ihn halt. Und wenn sie ihn meint, dann ist es immer Father James Mitchell. Ja. Und dann war es halt so, dass sie dann von ihm in den Realm geportet wurde, um dann nach Taya zu suchen. Wir müssen ja vorher noch anmerken, dass ja Rosemary nie so wirklich mit Jessica glücklich war. Sie hat ja einmal versucht, ihre Verbindung, also Jessicas Verbindung zum Realm wieder zu festigen, damit sie Havoc wieder zurückbekommt. Also so die dunkle, bösere Version von Jessica. So, und der gute James Mitchell hat dann gesagt, so Jessica, die Rosemary ist jetzt im Underground. Hier hast du eine Sanduhr. Wenn die abgelaufen ist, bis dahin muss sie spätestens zurück sein. Sonst bleibt sie für immer da. Und dann hat man dann zunächst gesehen, wie Jessica dann neben der Uhr schon und die Zeit läuft ab. Aber dann hat sie jetzt ein Match gehabt, die Jessica, musste weg. Und dann sieht man dann, wie die Uhr abläuft. Die Tür, also da, wo das Portal hinter war zum Underground, geht auf. Wir denken alle, Rosemary kommt zurück. Aber irgendwie passt die Musik nicht. Und die Person, die da aus der Tür rauskommt, wir sehen zunächst erst mal kein Gesicht, ist auch völlig anders gekleidet. So, und wir erfahren dann, das ist Courtney Rush. So, Courtney Rush ist sozusagen Rosemary. Und wir bekommen von ihr dann die Erklärung, ja, Rosemary war, oder ich war sozusagen sieben Jahre lang Rosemary's Gefäß. Also sozusagen von ihr besessen. Und jetzt hat sie mich freigegeben. Und ich bin jetzt wieder da. Courtney Rush ist hier. Und sie passt in der Aufmachung auch viel besser zu Jessica, die ja auch so ein flippybuntes Ding ist. Aber zusammen nennen sie sich immer noch die Deathsouls. Ja gut, der Name kann ja auch noch bestehen bleiben. Aber vielleicht hätte man dann natürlich was anderes wählen können, gerade jetzt mit dem Charakterwechsel. Ja, also man muss ja erst mal sagen, Impact hat auf jeden Fall immer eine sehr eigene Art und Weise, Charakter aus dem Programm zu schreiben. Ja, ich erinnere mich noch das erste Mal. Talia ist ja verhaftet worden. Sie war ja der große Mastermind hinter dem Shooting auf Johnny Bravo bei der Hochzeit mit Rosemary. Also man sieht, Rosemary und Talia sind immer irgendwie miteinander verbunden. Und da ist sie ja in State Prison gegangen. Und damals war man sich noch gar nicht so sicher, ist das State Prison denn in Stanford, Connecticut oder Jacksonville in Florida. Es war am Ende in Connecticut. Aber der State Prison in Stanford ist ja passend, ja. Ja, ja, naja. Aber dann wurde sie ja ganz schnell auf gute Führung entlassen. Wobei ich das jetzt, ich finde diesen Weg aber interessant, weil man hat natürlich jetzt noch die Möglichkeit, denn er ist auch vielleicht, dass sie ein bisschen hin und her switcht zwischen den, äh, zwischen diesen beiden, ja. Zwischen Rosemary und Courtney Rush? Genau. Also da hätte man ja dann die Möglichkeit, wenn man sie wirklich böse macht, dass sie dann zu Rosemary wird oder, ne? Ja, das erinnert so ein bisschen an die Geschichte mit Abyss und, äh, Joseph Park. Ja, genau, da habe ich auch, den hatte ich auch gerade im Kopf, ja. Genau, der ist jetzt übrigens, äh, Producer bei WWE. Ja, verrückt. Ja, also, äh, wir haben jetzt nicht mehr Rosemary, sondern Courtney Rush. Aber es ist ja immer noch die Frage, wer hat denn, äh, die, die, äh, ihre Verbindung zum Underdrealm gecapt? Äh, sie hatten ja immer The Coven, also Taylor Wilde und Kylan Kings im Verdacht, wo James Mitchell dann aber gleich sagte, die möchte gern Hexen haben, die haben doch nicht, äh, einen Ansatz, die macht das, äh, zu managen. Ja, also die Frage bleibt immer noch, ähm, äh, offen. Und wir hatten ja in der letzten Sendung schon gemutmaßt, ob es nicht vielleicht eine Sue Young ist, ne? Undead Bright, das würde passen. Ähm, dass man da so ein bisschen schon, äh, eine, äh, Rückkehrsstory vorbereitet, weil ich weiß jetzt nicht, wie weit sie mit ihrer Schwangerschaft ist, oh, hier bollert die Tür, Entschuldigung, ähm, das wird, äh, dann ja auch interessant zu sein, weil irgendwann wird sie ja vielleicht auch wieder zurückkommen. Ja. Und da wäre so eine Storyline mit der bösen, untoten, äh, Sue Young gegen eine lebendige Flippy-Courtney-Rush-Jessica-Kombination ja vielleicht auch ein bisschen interessanter. Ja, definitiv. Also ich hoffe, dass sie es ist. Ich hoffe, dass sie zurückkommt. Und dass sie in dieses, das wäre cool. Also, finde ich, äh, auf jeden Fall, ähm, ein guter Zuwachs zu der Story. Und auch so als, also würde ja auch passen, wäre ja auch total passend von der, von der Aufmachung her für ihre Rückkehr. Eben, genau. Ja, da sind wir da gespannt. Einen anderen Rückkehrer hatten wir auch bei Anders Siege. Da war es ja so, dass es ein Six-Man-Tag-Team-Match war angesetzt. Äh, The Design, deine besonderen Lieblinge. Äh, gegen, ähm, Rich Swann, Sammy Callaghan und einen, äh, Partner ihrer Wahl. Mhm. Na, und The Design war sich ja total sicher, ach, es gibt ja niemanden, der mit Sammy zusammenarbeiten will. Ja, da hat der Sammy ganz tief in seiner Vergangenheit gekramt und einen alten, äh, Freund und, äh, Kampfkollegen aus Zeiten von OVW, also Ohio vs. Everything oder Everyone, ich glaube, äh, Ohio vs. Everyone. Ja. Äh, geholt, äh, gute Jake Christus wieder zurück bei Impact und ich, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch fest unter Vertrag. Äh, ja, er war ja jetzt auch bei den, äh, äh, anschließenden Tapings dabei und, äh, er ist auf jeden Fall wieder fest unter Vertrag erst mal. Laufzeit unbekannt, aber auf jeden Fall jetzt erst mal innerhalb Zukunft. Äh, ich muss dazu sagen, ich hab diese Zeiten tatsächlich nicht so mitbekommen, also es hat mich jetzt nicht so berührt, dass er zurückgekommen ist. Ich hab jetzt diese... Äh, ich jetzt, na, ich jetzt so auch nicht. Ja, also, also zu der Zeit war ich jetzt halt nicht so, äh, da war ich allgemein nicht so am Wrestling. Nicht so im Produkt, ne? Ja, aber allgemein nicht im Wrestling, also ich hab allgemein nicht so viel, äh, Wrestling. Ich hab das halt so locker und lose verfolgt alles, aber jetzt nicht so, wo ich irgendwas dauerhaft, äh, mir angeschaut hätte. Ab und zu vielleicht mal auf YouTube ein, zwei Clips, aber das war jetzt halt für mich, das ist nicht so die Zeit, wo ich jetzt wirklich stark in irgendeinem Produkt war. Aufgrund der damaligen Feminanz von WWE und, ja. Ja, achso. Ja, nee, das... Aber die Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei. So sieht's aus. Ja, also das, das war wohl irgendwie so ein Heels-Stable, da war dann neben J. Chris auch noch sein Bruder mit drin, äh, und, äh, das war so quasi so ein, ne, 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 ähnlich auch ein bisschen aufgezogen wie The Design. Mhm. Ja, also wir gegen alle und Gewalt und, äh, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Na, also wir gucken mal, wie sich die Geschichte zwischen The Design und, äh, Sammy und J. Chris weiterentwickelt. Ja, da haben wir den, äh, äh, ersten Rückkehrer, oder, naja, zweiten Rückkehrer oder wie auch immer. Na, äh, ja, äh, ja, als nächstes, äh, äh, es gab bei Anders Siege ein großes, äh, äh, Champion gegen Rekord-Champion-Match um den X-Division-Titel, denn Tremigel hat das, äh, hat seinen Titelgold gegen den Rekord-Champion Chris Saban verteidigt, der die Chance hatte, neunfacher X-Division-Champion zu werden. Hat er leider nicht geschafft, aber es war das erwartete Super-Match. Ja, Match war klasse. Ähm, ich hatte es Chris Saban auch gegönnt, aber der gute Tremigel hat jetzt, Miguel hat dann wieder, äh, äh, ominöse Taktiken eingewendet, um zu gewinnen. Und, äh, ja, ähm, ähm, also er hatte, er hatte es ja auch so, dass es ja fast, er hatte ihn ja schon fast besiegt, aber dann war ja kein Referee da, und, äh, ja, da kam mir die gute Sprühfarbe zum Einsatz und, äh, es reichte zur Titelverteidigung, aber vielleicht sieht es ja bald anders aus. Oh, erleuchte uns. Weil, äh, ich... Genau, bei, äh, Against All Odds wird er, Against All Odds wird er ja nochmal die Chance haben, gegen ihn anzutreten. Ah, also du meinst, äh, dass man dann auch ein klares Ende hat und vielleicht Chris Saban doch Nine-Time-Champion wird. Ich hoffe darauf, ja. Stell dir mal vor, nach Against All Odds die Motor City Machine Guns als Doppel-Champions. Der eine World, der andere Exhibition-Champion. Also, aus Sicht von, die hätten es verdient, würde ich es ja auf jeden Fall sagen, ja. Weil, äh, ich sag mal, die, die beiden sind ja auch schon richtige Urgesteine und seit Jahren mit dabei. Und auch alles gegeben. Aber ich würde jetzt Alex Shelley nicht so als World Champion sehen. Ich meine, Chris Saban hat das ja auch mal versucht. Das war ja auch relativ kurz. Der Moment war halt auch cool, als er dann, äh, es war ja, glaube ich, Orson Ares, den er damals, ne, Bulli-Ray war es, den er besiegt hat. Ja, genau, Bulli-Ray. Genau, gegen Bulli-Ray. Und, äh, ja, ähm, klar, aber ich seh die beiden jetzt nicht so als, als, als World Champions. Die, weiß ich nicht, Alex Shelley jetzt... Nee, nee, nee. Das ist ein Übergangsgegner für Steve Mecklen. Also, Tag Team, X-Evision, ja. World Champion würde ich jetzt nicht sagen. Nee, das, das, das Match wird, äh, Steve Mecklen gewinnen. Ja, ja, ja. Ja, also, da hat man ein schönes Match, äh, Guck-Empfehlung, ne? Also, wenn ihr da Chance habt, äh, X-Evision Matches bei Impact, das predigen wir auch, äh, schon seit wir hier diese Sendung machen, äh, eigentlich immer sehenswert. Mm-hmm. Absolut. Genau. So, äh, das nächste Thema ist, äh, auch ein, 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 in gewisser Maßen ein Rückkehrer, Nick Ellis. Wir hatten ja gesehen, dass er sich, äh, gleich, ähm, mit, mit, äh, Steve Mecklen angelegt hat und gesagt hat, hier, ähm, früher oder später ist, gehört das glitzernde Ding da mir, ne? Oder das schillende Ding da mir. Äh, aber, äh, jetzt hat sich ihm bei Anders Siege und im Vorwege erstmal jemand anders in den Weg gestellt, nämlich der gute Kenny King, ne? Der meinte, ja, es gibt nur ein King, und das ist Kenny King und nicht, äh, irgendwie so ein neuer King da in London. Ähm, ja, die beiden sind aufeinander getroffen, es ist natürlich so ausgegangen, wie man es erwarten konnte. Nick Ellis hat, äh, Kenny King besiegt. Und jetzt ist die Frage, wohin führt der Weg für Nick Ellis als nächstes? Richtig, und muss sich Kenny King das eigentlich oben nennen und darf sich das nur noch Kenny nennen, nachdem es klar ist, dass es, dass er nicht der King ist? Ja, ich weiß nicht, aber Kenny Prince hört sich scheiße an. Ja, gut. Da hätte man natürlich auch... Kenny Nobody auch. Kenny Nobody, oder einfach Kenny. Oder, da denken die Leute vielleicht ans Hausbar, kann natürlich auch sein. Ähm, ja, äh, das war tatsächlich auch derjenige, den ich vorhin meinte, damit ich sage dir später, äh, wen ich mir als World Champion noch sonst vorstellen könnte. Das wollte ich aber eigentlich bei der Vorschau auf Against All Lords machen. Deswegen mache ich das auch einfach bei der Vorschau auf Against All Lords. Hallo, Thorsten? Ja. Ups, ach, habe ich jetzt die falsche Taste gedrückt? Ich schaue hier. Ja, kein Problem. Da ist er ja wieder. Ich und meine dicken Wurstfinger. Ja, das kommt davon, wenn man die, äh, Windows-Taste drückt und eigentlich die, äh, Steuerungstaste drücken will. Nee, äh, ich habe gesagt, dann blitzdingsten wir das bei den Hörern aus dem Gedächtnis und, äh, kommen wir später noch mal zu. Ja, genau. Ja, so. Äh, ja, als nächstes, ähm, das, sie war jetzt keine, ähm, keine Rückkehrerin, aber auch eine große Debütantin, vielleicht auch so in letzter Zeit der größte Name, wenn man so, äh, schaut, der bei Impact neu angefangen hat, die Gute Trinity, ehemals Naomi. Und die hatte sich, ähm, ja, den ersten Sieg geholt und, äh, äh, wurde dann von, äh, Giselle Shaw herausgefordert oder umgekehrt, na, äh, äh, und die beiden trafen jetzt halt bei, ähm, ähm, an der Sieg aufeinander und da hat Trinity gewonnen. Und daraus resultierend, da hat sie sich gleich mal ein Titelmatch, äh, gegen Diana Perrazo bei Slammiversary schnappert. Ja, ähm, wird interessant sein, wie das ausgeht, weil ich glaube, Slammiversary ist schon einer ihrer letzten Termine. Also sie hat ja jetzt keinen, äh, Long-Term-Deal unterschrieben, sondern eher, das war ja mehr Short-Term. Ähm, ich würde sie gerne als Impact Knockout Champion sehen, aber vielleicht nutzt man sie auch einfach, um, äh, die aktuelle, die amtierende Championist noch ein wenig aufzubauen. Ja, das, das denke ich mal, das wird dann so ein ganz großes Match werden. Und je nachdem, vielleicht halt war der, der Deal ja so, dass man jetzt erst mal so guckt, in Kurz-Time, äh, Vertrag, wie sie überhaupt ankommt. Und vielleicht, äh, wird ja hinter dem Fall, hinter den Kulissen schon verhandelt, weil sie, ihr, sie kommt ja bei den Fans auch gut an, muss man ja sagen. Ja, ja, ja. Also das ist ja auch schon ein Name. Also das ist ja schon jetzt seit längerer Zeit mal wirklich wirklich ein Name. Und dass sie dann halt bei Impact debütiert ist, war auch eine Überraschung. Also für mich hat sie überrascht. Aber, positiv. Und, ja, sie, ähm, bringt halt ein bisschen was mit. Also nicht nur ein bisschen, sie bringt halt was mit. Sie bringt auch ein bisschen, sie bringt Namen mit, sie bringt auch ein bisschen Aufmerksamkeit mit, wieder für Impact Wrestling und das Ganze. und alleine, wenn sie dann auch nur, äh, eine kurze Zeit da sein wird, hat sie ja trotzdem was schon mitgebracht. Also sie hat ja schon was an den Tisch mitgebracht, um das mal bildlich darzustellen. Und, ja, deswegen finde ich es gut, super, immer noch diesen Wechsel oder dass sie überhaupt dann zu Impact gekommen ist und was sie dann später macht, okay, sag mal dahingestellt. Gibt ja dann viele Möglichkeiten. Ähm, ja, aber ich bin gespannt vielleicht, wie, wie man sie dann nutzen wird und wie das Match ausgehen wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Match, so viel kann ich sagen. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn das keine längere Geschichte wird, weil zum Beispiel eine Mercedes-Monnaie hat ja jetzt auch keinen so wahnsinnig langen Vertrag, glaube ich, bei Stardom, ne, dass sie dann, äh, dass man abwartet, bis der, ihre Verpflichtungen in Japan so weit ausgelaufen sind. Jetzt natürlich, äh, abseits der Verletzung. Mhm. Und dass die beiden dann, weil das sind ja beste Freundinnen. Wir, wir wissen ja, Mercedes hat ja inkognito völlig, unbeobachtet, äh, bei Trinity's ersten Auftritt bei Impact im Publikum gesessen. Na, also, äh, hier große Sonnenbrille und Sonnenhut, ja, ja, völlig unauffällig, na, äh, dass, wenn die beiden dann frei sind, dass sie dann zusammen bei EW anheuern, als Team. Ja, vielleicht, äh, äh, es kommt ja schon, vielleicht bei, mit einem Debüt bei All In, wer weiß. Ja, das, ich weiß ja nicht, wie, wie ist ihr Verletzungsstatus? Ich meine, na gut, sie kann ja vielleicht, aber sie muss ja nicht, also, Mercedes muss ja nicht unbedingt kämpfen, sie kann ja auch einfach, äh, äh, irgendeinen Auftritt machen. Genau. Ja, muss man mal schauen, ne, also, Also das wäre jetzt das, was ich mir vorstellen könnte, weil man natürlich auch ein bisschen was braucht, um den Leuten dort was zu bieten, bei der, bei der erwarteten Zuschauerzahl und, ja. Ja, aber ich sag mal, prognostiziert gibt's ja jetzt dann die großen Matches, Toni Storm gegen Jamie Hayter, äh, äh, ich könnte mir gut vorstellen, weil ja jetzt für, für, Verbindor, äh, wohl, äh, Brian Danielson gegen Katsuchika Okada ansteht, und letztes Jahr uns durch Danielsons Verletzung, äh, Danielson gegen Zack Sabre Junior durch die Lappen gegangen ist, bei Verbindor, dass man vielleicht sagt, dass man dann dieses Match auf die, äh, All-In-Card packt. Ja, würde ja passen auch. Na eben, ne, mit, mit Zack Sabre, der ja jetzt auch eher fäßig ist, oder neutral mit TMDK, äh, da wird das auch passen, und der ist halt auch Brite und Engländer. Also da, da, es kristallisiert sich schon einiges heraus, aber es ist Wahnsinn, äh, was AEW, da muss man ja auch hier im Impact Podcast mal loben, was sie da für einen Verkauf haben, äh, über, äh, 64.000, oder 65.000 Zuschauer, äh, oder Tickets schon veräußert, keine 10.000 mehr laut WrestleTix offen, und es ist noch nicht ein Match offiziell angekündigt. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also, finde ich, finde ich richtig gut, das hat mich richtig gefreut, na, gerade nach den Kritiken, die AEW einstecken musste, und ich muss jetzt hier auch mal wirklich, äh, eine Lanze für AEW brechen, auch wenn es ein Impact Podcast ist, aber ich finde es halt, gerade wenn man auf Twitter sieht, oder wenn man irgendwo Bewertungen sieht, alles, was AEW macht, wird, glaube ich, dreifach so streng bewertet, als das, was andere Wrestling Promotions machen, vielleicht auch einfach gerade, weil man so viel Hoffnung in sie gesetzt hat, aber ich finde, man sollte da einfach mal auch ein bisschen lockerer durch die Hose atmen, und auch, und auch AEW mal Fehler zugestehen, auch mal teilweise vielleicht nicht so gutes Booking zugestehen, das sollte man, das ist bei jedem, bei jeder Wrestling Promotion so, und es sind immer noch Menschen dahinter, und ich denke einfach, man muss da auch mal ein bisschen durchatmen mal, und auch Impact mal nicht gleich immer, also, bildlich gesprochen, ins Gesicht schlagen. Du meinst AEW. Ja, AEW meine ich, ja, 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 ja. Und deswegen, also ich finde das immer teilweise ein bisschen ungerecht, wie da auch AEW bewertet wird, und im Moment halt alles bei WWE gut sein soll, wobei man, wo einfach alles überstrahlt wird, ja, es macht ja vieles gut sein, aber es wird einfach alles überstrahlt von dieser, und die ist halt wirklich auch gut, das muss man ja zugeben, aber diese Bloodline-Storyline, überstrahlt einfach alles. So, und es wird der Eindruck erweckt, das wäre da alles super, das ist nicht alles super, guck dir das mal an, es gibt es genug, was man da kritisieren könnte. Hatten wir ja zum Beispiel im Vorgespräch schon gesagt, die Einführung des neuen World Championships, also das, wir kriegen es gegen Roman geschissen, und haben hier jetzt unseren Prostpreis World Title, und da, das soll ja, ist ja klar ein Raw Title, weil Roman mit seiner, mit seinem neuen Titelgürtel, man hat endlich die beiden einzelnen Gürtel zu einem gemercht, wobei, ich habe mir ja tatsächlich die Smackdown-Sendung angeschaut, Roman hatte den neuen Gürtel um die Hüften, aber Paul Heyman ist dahinter mit den alten beiden Gürteln über die Schultern, mit dem Herr gibt, dackelt, und hat natürlich abgegeben. Naja gut, also, aber der neue World Title, dass man sagt, das ist ein Raw-Titel, aber im Titelturnier treten auch Smackdown-Leute an. Das verstehe ich dann auch wieder nicht. Na, aber gut, wir sind ja hier bei Impact, und nicht bei AEW oder WWE, also, ich sage mal, es gibt keine Promotion, egal welcher Größe, und welche Sendings, wo alles hundertprozentig super läuft. So ist es. Jeder macht Fehler. Und was wäre das Leben, wenn man sich nicht über irgendwas aufregen könnte? Ja, eben, das wäre ja skandalös. Dann würden wir ja langweilig zur Kenntnis nehmen, dass Dortmund die Meisterschaft nicht geschissen bekommen hat, und dann war es vor dem Aufstieg nicht. Irige Themen. Ja gut, wollen wir uns lieber an ein anderes Thema zuwenden? Ja, lass uns das machen. Genau, ja, viele Rückkehrer, viele Debitanten, und ein sehr überraschendes, Debüt gab es auch wieder bei Under Siege, als nämlich die World Tag Team Champions, ABC, also die Ace und Bay Connection, wie das ja offenziell heißt, also Ace Austin und Chris Bay vom Bullet Club, die sind auf Subculture getroffen. Und jetzt fragt man sich, Subculture? Woher kennt man die? Vielleicht, wenn man das Nischige, das Nischigen im Nischigen bei WWE gesehen hat, nämlich NXT UK, da kennt man sie her, oder vom Progress Wrestling, um noch zwei Nischige Stellen weiter nach unten, oder Kommastellen nach hinten zu gehen. Subculture sind Mark Andrews, der als, der ja noch eine Impact-Vergangenheit hat, der war also schon mal da, und Flash Morgan Webster und die beiden mit ihrer Begleitung, Valet-Managerin Dani Luna. Das ist, die beiden kommen aus Wales, also sind Briten, Dani Luna ist, glaube ich, Amerikanerin und das ist ja so ein so ein Underground-Gimmick, ich sag mal so, Lederklamotten, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann irgendwie so härtere Gitarrenmusik dann hören und sagen, ja, wir sind hier gegen alle, wir sind die Subkultur, die unsere Oberfläche ist. Ja, und die sind halt, haben halt das um den World-Tech-Team-Titel herausgefordert und ich muss echt sagen, noch vor Trey gegen Chris Saban war das mein Match of the Night bei Under Siege. Ja, das war wirklich super gut. Ich hab's auch, ich hab's tatsächlich auch weiterempfohlen, sich unbedingt dieses Match anzuschauen. Ja, richtig starkes Match auf jeden Fall, aber gut, Chris Bay ist awesome, waren auch dabei, und die beiden sind halt auch echt gut und das hat echt nicht enttäuscht und die beiden, ich hab jetzt, oder mir hat jetzt im Vorfeld Subkultur nicht was gesagt, ich musste halt auch nachschauen, weil wir sie auch in den News hatten, wo genau sie herkommen, ich hatte jetzt vorher noch nichts von denen gesehen, weil ich jetzt auch nicht unbedingt englisches Wrestling verfolgt habe beziehungsweise NXT okay, aber die können was, also war sehr, 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 sehr unterhaltsam. Und wie man ja sieht, sind sie ja auch nicht nur so eine Eintags- oder Ein-Event-Fliege, wenn man es so ausdrücken darf, na, also die, ähm, treten ja, äh, auch länger bei Impact auf und die gute Dani Luna ist auch in einem Einzelmatch schon aufgetreten, musste sich da leider auch der recht frisch debittierten Jodie Threat geschlagen geben, aber das, äh, deutet darauf hin, dass das eine längere Geschichte mit, äh, Subculture bei Impact wird. Also sehr gerne auf jeden Fall. Genau, ja, äh, also, äh, immer gerne und mal schauen, wo das mit ihnen hinführt. Ich sag mal, ein Mark Andrews oder ein Flashmong Webster können auch gerne mal ein X-Division-Titelmatch bekommen. Ja, definitiv. Ja, äh, nächstes Thema, ähm, haben wir ja quasi schon, äh, besprochen. Alex Shelley, die neue Nummer 1 Herausforderung in den World Title. Na, also er hat dieses ominöse 8-4-1-Match, äh, Ne, noch nicht. Ach, ne, ach, das, ne, genau, das waren 6-Men. Ja. Das 8-4-1 kommt ja jetzt erst von Asus. Ey, das ist, wie ist das mit, äh, Herausforderern aus Storylines und nicht irgendwie mit Matches. Das ist auch irgendwie ein bisschen, hm. Na, naja, gut. Ähm, also er hat ein 6-Person-Match gewonnen. Oder ein 6-Man-Match gewonnen und ist jetzt eine Herausforderung und wird jetzt bei Against All Odds am Wochenende den guten, äh, den guten Steve McKinnon um seinen Titelroll zu erleichtern. Ja. Da haben wir ja schon gesagt, äh, wird er nicht schaffen. Naja, definitiv. Wenn er, also, ähm, wenn er das doch schaffen sollte, ich muss mir was überlegen, was ich da mache, weil ich bin, wenn er das doch schaffen sollte, dann, ähm, dann werden wir den nächsten Buße tun in der neuen Folge und, ähm. Genau. Wenn er das schafft, dann machen wir die nächste Folge als Videopodcast. Genau. Du im Schalke-Shirt und ich im Werder-Shirt. Ja, okay. Und da das nicht in diesem, in diesem Universum nicht passieren wird. Na? L.A. 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 Genau. Bescheid. Ja, ich hoffe, also ich werde auf jeden Fall mitfiebern jetzt bei dem, aus persönlichen Gründen. Ja, genau, ne? Also wenn, wenn natürlich irgendwie was verletzungstechnisches passiert, das muss man ja immer einrechnen, das zählt dann nicht. Genau, also es hält nur ganz klares, äh, hinvoll, zart mischen. Ja. Genau. Genau. So, ja, äh, unser letztes, ähm, Einzelthema, äh, auch bei Against All Odds gibt's wieder ein, äh, Tag-Team-Titel-Match. Ja. ABC verteidigen gegen die Good Hands, also gegen Jason Hutch und John Skyler. Äh, und die sind ja jetzt sozusagen der neue Learning Tree von Brian Myers, ne? Ja. Und wer hätte das noch gedacht vor ein paar Wochen, dass sie plötzlich Matches gewinnen? Ähm, ja, skandalös, ne? Also, äh, das, äh, das, äh, wie, wie, ich schau ja, wie gesagt, gerade die alten Asylum hier an, äh, da ist jetzt gerade der arme, äh, wie heißt der noch, David, irgendwas, äh, sein Name fällt mir jetzt nicht ein. Jedenfalls gibt's da einen, äh, Wrestler, der auch irgendwie ständig alle Matches verliert, obwohl er gar nicht so schlecht ist. Naja, äh, blöd, dass mir der Name nicht einfällt. Ja, also ich sag mal so als Tag-Team, wenn man sie dann gut, äh, darstellt, ist das, äh, ist das ja auch, äh, äh, ein Team, was ich gerne sehe. Ja, definitiv. Ich sag mal, wenn sie jetzt da zumindest die Titel nicht gewinnen, aber dann ein starkes Match zeigen, vielleicht ist ja genau die Verbindung zu Brian Myers das, was ihnen bisher gefehlt hat. Ja, richtig. Jaja, also, äh, qualitiert waren die beiden ja auch und ich denke, dass das ja auch jetzt auch wie man sieht, jetzt im, äh, im Vorfeld wahrscheinlich auch mit zur jetzigen Story gehört, dass sie halt die, äh, oder es ist halt durch Zufall entstanden, kann natürlich auch sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach gewollt war, äh, diese, diese Losing-Streak erstmal und die jetzt aufbauen, also, ja. Aber, genau. Ich bin schon, dass sie auch ihren Platz haben, ja. Ja, ja, mal anders als bei großen, äh, äh, Powerhouses, sie erst alles wechseln, necken und wenn sie dann einmal verloren haben, in der Bedeutungslosigkeit versenken, ne? Ja, gibt's ja einige, ja. Äh, genau. Äh, Ryback. Ja, ne, muss ich auch. Ja, komisch, ne? Feed, und er wird, er wurde morgen feedet und hat sich dann am Ende wieder... Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, damit sind wir jetzt mit den Einzelthemen soweit durch, ne? Äh, du hast ja, äh, angekündigt, morgen gibt's ja die neuen Impact-News. Ja, genau. Da gibt's ja ganz spannende Sachen, die dir da reingeflattert sind, die wir aber, damit ihr morgen auch brav alle die News lest, heute noch nicht verraten, ne? Aber vielleicht kannst du ja so einen kleinen, kleinen Teaser loslassen. Also, ein Kernthema wird auf jeden Fall sein und ich denke, das ist ganz spannend zu beobachten, dass uns sehr wahrscheinlich ein ehemaliger World Champion verlassen wird und zu neuen Ufern, beziehungsweise seinen Zelte woanders aufbrechen wird, aber das werde ich jetzt oder möchte ich noch nicht verraten, sondern einfach mal äh, Donnerstagabend die Impact-News lesen ähm, und sehen, was passiert. Außerdem auch eine Vorschau, natürlich wie jede Woche, auf die aktuelle Folge von Impact Wrestling und da haben wir morgen auch ganz interessante Matches, die kann ich ja schon mal nennen, da haben wir auf der einen Seite Moose und Rich Vaughn versus Nick Elders und Jonathan Gresham, dann The Coven versus Death Dogs, Remy Girl versus, jetzt musst du mir helfen, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, aufsprechen, äh, ich sage aber nur Gujar, war das richtig? Bupinder Gujar. Gujar, okay, Entschuldigung, dann an den guten Bupinder, äh, Jason Hodge trifft auf Chris Bay und, äh, Champagne Sing auf Heath, äh, John Sheldon auf ihn, auf den großen Joe Henry, Ja, klar, man wird da verlieren. Und auch, bevor wir Impact wiedergeben und da wird dann, äh, Silesia Sparks gegen Terra Rising antreten, also eine Folge packt. Terra Rising? Was? Ja. Triple Streit steht doch wieder im Ring bei Impact in der Pre-Show? Ja. Äh, ohne Scherz, ein erstes Gemick damals noch zu, äh, noch bevor er bei WCV zu John Paul äh, weg wurde, äh, so hat er sich ja tatsächlich da immer genannt. Ach ja, Triple H, ja. Sein erstes Terra Rising noch mit wallender, blonder Biene. Da hat er, da hat er, da hat er gegen Alex White verloren. Jaja, Alex Red ist, ist einer der wenigen, der eine total positive Bilanz gegen Triple H hat. Und Jim Ross. Ja, der auch. Ja, der auch. Aber der, der, der hat sich ja vorher mit seiner eigenen Barbecue-Soße gekriegt. Ja, genau. Naja, die, äh, Sarah Rising, äh, eine Wrestlerin, ne, da müssen wir mal, äh, da können wir mal gespannt sein, wie die sich dann entwickelt. Genau, und, äh, was ich dann in, äh, dem Zuge auch noch sagen wollte, was ich vorhin noch, äh, gesagt habe, ist, äh, dass ich ja, Steve McDonnell als, im Moment, einzigen World Championship sehe, mit einer Ausnahme, und das ist Nick Elvis, ich könnte mir ihn, oder ich würde mir ihn sogar wünschen, dass er ein World Champion wird, an einem gewissen Punkt, ähm, und die Chance ist ja groß, denn wie du eben schon sagtest, wird es ja ein 8-4-1-Match geben bei Against All Odds, und, ähm, unter anderem reden dort Nick Elvis und Bully Ray an diesem Match, und, ja, das, äh, und die sind auch noch im selben Team, das heißt, in dem 8-Mate-Tank-Team-Match kämpfen die halt zusammen. Jaja, das ist ja ganz, äh, kompliziert, aber dann gehen wir doch einfach mal die, genau, von Against All Odds durch, und das machen wir natürlich von ganz unten nach ganz oben, es gibt, äh, das hatten wir ja gesagt, ähm, äh, The Design, äh, gegen OVE, also, ähm, äh, The Design, äh, in voller Stärke, und OVE wird jetzt auch durch einen Rückkehrer, bei Impact versteckt, nämlich Madman Fulton ist mal wieder in der Impact Zone zu sehen, und es kommt zum Ohio Street Fight. Mhm, das, äh, wie interessant, Ohio Street Fight, also, ich kenne ja noch den Chicago Street Fight von früher, aber Ohio Street Fight sagt mir jetzt noch nichts, aber ich denke, der wird sich nicht vom Chicago Street Fight so, wahrscheinlich so groß unterscheiden. Nee, ich muss mal kurz gucken, wo die Veranstaltung stattfindet. Oh, welch Wunder, durch Zufall in Columbus, Ohio. Oh. Naja. Mensch, aber, aber wenigstens passt das dann ja zu, zu Sammy und Jake Chris und dem eingemeideten Madman, das, äh, da kann man dann ja, äh, weil wir ja Ohio Bears with everyone oder everything sind. Ja. Ja, äh, also das ist das erste Match, dann hatten wir ja vorhin schon gesagt, ähm, Trinity trifft auf, äh, äh, bei Slammiversary auf Diana Purrazo um den World Title und hier bei Against All Odds gibt's dann erstmal ein Tag Team Match und zwar Trinity und Diana gegen Giselle Shaw und Savannah Evans. Mhm. Die natürlich mit J. Vidal an ihrer Seite. Ja gut, ich denke, äh, wird das Team Trinity gewinnen und am Ende werden die beiden sich, äh, ein Stairdown liefern oder vielleicht auch körperlich werden, aber ich denke, darauf wird's vielleicht hinauslaufen. Oder, oder Team Giselle gewinnt und, äh, die beiden zerschreiten sich. Das kann sein, genau. Weil Jay irgendwie fies eingegriffen hat. Oder die gewinnen das Match und nach dem Match, äh, äh, greifen die Heals dann die Guten an und dann will Trinity oder oder Jona dann die andere attackieren und attackiert aus Versehen die eigene Partnerin. Es gibt tausend Möglichkeiten. Man, man kennt es. Genau. Dann natürlich das wichtigste Match des ganzen Abends. Absolut, stimme ich dir jetzt schon zu. Singles Match und die Impact Digital Media Championship. Ja. Joe Hendry will seine Ehre äh, gegen den fiesen Dirty Dango äh, wiederherstellen, weil der, äh, ihm ja das Ganze in die Schuhe, also die Attacke auf Santino in die Schuhe schieben wollte, ne, und da Joe, ähm, dadurch, da, in dem Bereich sogar äh, seine Nase gebrochen bekam aus Versehen und am Ende Dirty Dango aufgedeckt wurde wegen seines weilenden Brusthasen. Ja gut, ich meine, die Storyline einfach erreicht das, was sie soll und, äh, ähm, aber gut, deswegen hat Dirty Dango ja auch Dirty im Namen, ne, also ich traue niemanden, der Dirty im Namen hat, ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen und, äh, ja, aber da kannst du mal sehen, wie viel Prestige er diesem Impact Digital Media Championship gebracht hat, dass das jetzt das wichtigste Match auf der Card League, ich hoffe, das wird auch der, also sollte eigentlich auch der Main Event sein, finde ich. Ja, ja, ganz klar, ne, hier, äh, World Title Match kann ja irgendwie in die Pre-Show in den Countdown, genau. Genau. Nein, Scherz beiseite. So, äh, das nächste Match hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Wheatleys aufgebaut, wird, glaube ich, auch keine größere Hintergrundgeschichte haben, ist einfach nur, um die Card zu füllen. Eddie Edwards mit seiner Frau Alicia an seiner Seite, die ja jetzt, ähm, auch dauerhaft dann vor der Kamera als Team auftreten gegen Frankie Kazarian. Ne, ne, der eine sagt dem anderen, äh, du hast deine Ehre verloren, du entehrst, äh, Impact, ne, ähm, 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 macht sich dabei noch lächerlicher als damals mit, äh, Anna No More. Hm. Ich befürchte aber, das wird so ein Ding sein, was sich noch ein bisschen ziehen wird, weil, ich könnte mir vorstellen, dass Alicia eingreift, Eddie das Match gewinnt, und dann wird man, die dann wahrscheinlich bei Slammiversary das auch nochmal wieder sehen werden. Ne, da wird es ein schönes Tag-Team, ein Intergender-Tag-Team-Match geben, weil Frankie Kazarian ist ja, wie wir wissen, mit der ehemaligen Impact-Knock und, äh, TNA-Knockout Tracy Brooks verheiratet. Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, noch ein paar Wrestling-Boots im Keller liegen. Da gehe ich von aus. Naja, wir werden sehen. Also, kann in beide Richtungen gehen, äh, zwei Impact-Legenden gegeneinander, wird, wird bestimmt interessant, aber jetzt glaube ich auch nicht der Showstealer of all. Ja, dann hatten wir schon angesprochen, ABC, also Ace Austin und Chris Bay verteidigen ihre World-Tag-Team-Titel gegen die Good Hands, Jason Hodges und John Skyler, die natürlich Brian Myers in ihrer Ecke haben. Da könnte ich mir vielleicht für die Story schon vorstellen, dass man tatsächlich hier vielleicht einen Titelwechsel macht, weil Brian Myers eingreift und ABC dann im Nachgang eine Hand auf die Titel starten und sich die dann bei Slim-Aversary im großen Pay-Per-View-Match zurückholen. Ja, stimme ich dir zu, weil eine Niederlage würde jetzt auch wenig Sinn ergeben in dem Fall und also in Bezug auf die letzten Wochen, da man sie ja jetzt aufgebaut hat und weiß ich nicht, ich finde das jetzt ein bisschen schwach, wenn man sie nur für dieses Match aufgebaut hat, eigentlich müssten sie jetzt gewinnen, weil das wäre natürlich jetzt auch der Aha-Effekt, wo man sagen würde, was, die haben jetzt tatsächlich die Team-Championship gewonnen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen und dann nachher im großen Match wieder siegreich ABC, ja. Irgendwie so ein bisschen Vibes wie bei den Gun-Twins oder Gun-Brothers in WWE. Ja, oder Jinder Mahal. Ja, okay, das hatte ja andere Hintergründe, dass der das ja, ja, ich weiß, dass der WWE-Champion Aber die Hintergründe kannten die Fans in dem Moment in der Halle ja nicht und deswegen war da auch glaube ich sehr große Überraschung. Kalass gegen Randy Orton und der WWE-Champion. So, ja, das nächste Match kann man mit einem Wort überschreiben, Gewalt. Dog-Color-Match, das meines Wissens erste Dog-Color-Match zwischen zwei Damen mit Killer Kelly gegen Masha Slamovic. Und das finde ich interessant, weil das ist ja deine Favoritin gegen meine Favoritin bei Linda. Also, also wenn jetzt den nächsten Thorsten alleine den Podcast macht, wisst ihr Bescheid. Naja, also es ist ganz klar, dass Masha das gewinnt, weil sie hat ja schon das Qualifikationsmatch zum Karat beim letztjährigen World-Tech-Team-Festival von WXW gewonnen, das ist ja ganz klar, oder da bei der Fan-Verteil-Show, naja, also Masha wird Kelly, naja. Das glaube ich nicht. Oder das wird so ein Ding, wie damals zwischen Claudio Castagnoli, a.k.a. formerly known as Cesaro und dem guten Sheamus bei WWE, die ja erst so eine Best-of-Seven-Match-Serie gegeneinander hatten und daraus ist dann nachher ein sehr gutes Tech-Team mit The Bar geboren worden. Ja, ne? Fände ich interessanten Gedanken, ja. Ja, genau. Also, wir werden das Match auf jeden Fall mit besonderem Interesse verfolgen. So ist es. Genau, ja, dann kommt das Exhibition-Match, wie du ja schon sagtest, Ramey Gill tritt nochmal gegen Chris Saban an, weil das letzte Match nicht eindeutig geendet ist mit fiesem Attent. Ja, da kommt eigentlich nicht viel zu sagen. Trey wird Champion bleiben. Ich hoffe nicht, aber viel fürchter ist. Ah, ich finde, mir gefällt das schon so in der Rolle. Ja, aber... Er braucht halt endlich mal einen Herausforderer mit einer größeren Storyline, weil bisher die letzten waren leider so ähnlich wie beim World Title ja auch eher so die Herausforderer so Marke Übergangsgegner. Obwohl, obwohl, lass ihn ruhig gewinnen und dann eine Story bis Slammiversary mit Mike Bailey und Mike Bailey holt sich das Ding zurück. Ja, zum Beispiel. Weil, was macht man mit Mike Bailey im Moment? Den nutzt man irgendwie gar nicht. Der ist immer nur so ein Lückenfüller und das finde ich halt echt eine Verschwendung, weil das einer mit der besten Rester im ganzen bei Impact ist und er hat jetzt seitdem er den Championship verloren hat, das habe ich letztes Mal glaube ich auch schon gesagt, das schwimmt der halt oder es hängt so in der Luft, da passiert halt nicht viel. Bei Impact auf jeden Fall, also er hat ja jetzt eine sehr gute Figur im Best of the Super Junior in New Japan gemacht, hat das nicht gewonnen, aber ich glaube im Finale war Masa Wato gegen Titan, aber er hat auf jeden Fall sehr gut Performance abgeliefert und als ob du es nicht beabsichtigt hättest, das ist ja die Überleitung des Todes, Mike Bailey steht nämlich in unserem nächsten Match, in dem tollen 8-4-1-Match. Richtig. Und das wird den neuen Nummer 1 Herausforderer bringen und 8-4-1 heißt, es beginnt ein, oder sag du mal die Regeln? Also es ist so, 8 wie ein 8-Man-Tank-Team-Match, das heißt, das Team 1 besteht aus Nick Elvis, Bobby Ray, Jonathan Grasham und Heath. Das zweite Team besteht aus Moose, Speedball, Mike Bailey, Rich Swann und PCO. Ich finde anhand dieser Teams weiß man schon, wer dann im zweiten Teil des Matches stehen wird, weil dann wird es nämlich ein Forward-Match geben und dann werden nämlich das siegreiche Team gegeneinander antreten. Und ich denke, ein Forward-Match zwischen Nick Elvis, Bobby Ray, Jonathan Grasham und Heath hört sich besser an als eins zwischen Moose, Mike Bailey, Rich Swann und PCO. Und deswegen, warum steht Heath jetzt hier im Team 1 und nicht Mike Bailey? Weil warum, weil das Team, ich bin ziemlich sicher, dass das zweite Team das Match verlieren wird. Also Nick Elvis wird nicht einfach, das wird nicht einfach so passieren, so Nick Elvis und Bobby Ray werden jetzt einfach das Team verlieren. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Und das finde ich dann halt wieder schade, aber gut, also 8-Man-Tag-Team-Match, 4-Way-Match und dann am Ende wird ein einziger Mann, wie sagt man so schön, Standing Tall. Genau, Standing Tall und wird der neue Hauptjahr-Vorausforderer von entweder Steve McIn oder Alex Shelley werden. Ja, also ich bin gespannt. Ich tippe auf Nick Aldis. Ah, Heath geht nach Slim-Aversary und holt sich das große Gold. Oder PCO nochmal. Nee, na dann wird ja deine Theorie nicht stimmen. Ja, da liegt ja im ersten Step raus. also Heath geht nach Slim-Aversary mit World Champion, weil er hat ja Kinder zu Hause, die er füttern muss. Wir erinnern uns dunkel. Wir erinnern uns dunkel und Heath so als Herausfalle auf die World Championship sehe ich jetzt auch nicht so. Ach, naja, du kannst ihm doch auch mal geben. Ja, okay, ich gönne ihm das ja. Er hat ja tatsächlich mal ein World Title Match gehabt, ich weiß gar nicht mehr genau gegen wen, und da hat er eigentlich gar keine so schlechte Rolle gespielt. Also, er kann ja auch was. Ja, und dann als letztes Match und vermutlich auch der Main Event eben, World Title Match, Steve McLean verteidigt gegen Alex Shelley und da hatten wir ja schon durchblicken lassen, dass wir da beide fest mit einer Titelverteidigung rechnen. Genau, richtig. Alles andere würde ich da nicht sehen. Wäre, wenn es jetzt abwegig ist, also abseits von irgendwelchen Verletzungssachen auch total unglaubwürdig. Richtig. Und du musst kein Schalke-Trikot tragen. Das auch nicht, das kann ich dir sagen. So, und jetzt haben wir die mindestens 99% unserer Zuhörer verloren, weil wir grundsätzlich nur in Gelsenkirchen gehört. Achso, ist das. Ja, ich liebe, ich sage das jetzt nicht, das könnte irgendwann gegen mich verwendet werden. Ich liebe alle Gelsenkirchen. Ich fühle meinen Gedanken nicht aus, weil ich habe Angst, dass das jemand hier recordet und dann wird das nachher irgendwo gegen mich verwendet. Irgendwann, wenn du dann wieder gegen Schalke wetterst, wird das dann so eingespielt, wie damals bei Batmans Rückkehr. Ja, ja, klar. Wo er dann eine Aufnahme vom Pinguin, bei dessen großer Bürgermeister Wahlspeech einspielt und das dann den ganz ruiniert. Ja, ja. Ja, so haben wir noch Batman mit in den Podcast gebracht. Das ist Wahnsinn, wir haben alles mit drin. WWE, AEW, Impact, Batman, New Japan, New Japan, Stadium, also hier findet ihr alles. Alles klar, ja, damit werden wir aber jetzt eigentlich mit den Themen auch soweit durch, ne? Ja, das war Impact in den letzten Wochen und andere Ligen. Genau, Impact und der ganze Rest. Ja, genau. Genau, ja, wie gesagt, also Chris Mania, jetzt mal anders, ihr stellt uns Fragen, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren oder im Forum, wenn, äh, unter diese Folge, äh, könnt ihr da gerne eure Fragen einsenden und dann werden wir mal schauen, einen davon raussuchen und, äh, dann versuchen die in der nächsten Woche, oder in der nächsten Woche, naja, wir sind ja ein bisschen früh, äh, in der nächsten Sendung da mal auszuknobeln. Mal, ähm, wir werden, äh, äh, auch, äh, hoch und heilig beim Westfalenstadion und dem Volkspark versprechen, dass wir da natürlich keine Vorarbeit leisten, abgesehen davon, die Frage auszuwählen. Absolut, absolut, da sind wir natürlich vollkommen ehrlich und, äh, wenn ihr jemandem trauen könnt, dann uns. Ja, dann, äh, verabschiede ich mich jetzt, überlasse dem, äh, Daniel die, äh, letzten Worte, der ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge da sitzt, weil Duke Bellingham geht, aber, äh, Borussia mindestens um 103 Millionen reicher ist. Tschüss. Das ist richtig, aber aus sportlicher Sicht leider ein ganz, ganz großer Verlust. Allerdings auch das Geld nehmen wir gerne und in diesem Sinne verabschiede ich mich von unseren Zuhörern, verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine tolle, eine tolle Woche, ein tolles Wochenende und bleibt uns treu, lest alle unsere Sachen, hört alle andere anderen Podcasts und ich wünsche euch alles Gute, wir hören uns beim nächsten Mal, macht's gut, bis dann, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.